Hallo zusammen, hier ist wieder Oetila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg, seid kein Spielverderber und für diesen müssen wir die älteste Leaxa im tiefen Pool auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, ohne dass ein Gruppenmitglied mit Gahuns Verderbnis belegt wird. Gahuns Verderbnis bekommt ihr dann ab, wenn ihr irgendeine Fähigkeit von ihr fresst. Und zwar macht sie eigentlich zwei Fähigkeiten. Sie macht einen Kast, der kann unterbrochen werden. Da muss auch jeder unterbrochen werden. Und das zweite, was sie macht, ist einen Breath nach vorne, der einfach Leute vor ihr trifft. Und da kriegt ihr auch die Gahuns Verderbnis ab. Und das dritte, was wir noch haben, sie macht ein Spiegelbild von sich, das beide ersten Fähigkeiten macht und dementsprechend auch unterbrochen werden muss, beziehungsweise vor dem darf halt dann auch keiner stehen. Wir fangen hier den Kampf ganz normal an, sind eine HT, prügeln voll durch und gucken, dass wir jeden Kick kicken. Wir haben das eingeteilt und jetzt hier ist der Breath, da müssen wir vorher weg. Und jetzt kommt dann nochmal ihr Spiegelbild, das muss auch nochmal unterbrochen werden, aber der Boss ist schon tot. Ziel ist hier einfach, so schnell wie möglich den Boss umzubrezeln. Deswegen haben wir auch wieder hier unseren Heiler auf die DE geschickt, haben wir noch ein bisschen extra Damage drauf und wirklich, ihr müsst die Kicks einteilen. Es ist von Vorteil, wenn ihr Klassen habt, die Millikicks haben, also schnelle Kicks, nicht wie Mages, die einen relativ langen cooldown haben, dass ihr dementsprechend wirklich alles kicken könnt, weil ihr müsst nicht nur den Boss kicken, sondern dementsprechend auch das Add, wenn es lang genug lebt. Und ja, Damage ist einfach Trumpf hier. Wenn ihr genug Damage habt, dann könnt ihr den Boss halt einfach wegtunneln, so wie es bei uns gerade der Fall war. Dann habt ihr da gar nicht so die Pradulie. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tillam, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.